Ich dachte gerade kurz, ich hätte Peer erschossen. Da stand noch jemand, auf den du geschossen hast. Und dann habe ich den erschossen. Und du hast nicht auf mich geschossen. Ich dachte auch, die Runde wäre vorbei. Ich dachte auch, die Runde wäre vorbei. Und dann war ich so verwöhnt, guck auf deinen Namen. Ich war mir sausicher, dass das Peer ist. Aber da kam ja nicht, dass wir gewonnen haben. Ich komme hier nicht raus. Und dann gucke ich so auf deinen Namen und denke so, oh scheiße, das ist ja mehr nicht. Wer war denn jetzt Traitor eigentlich? Ich war Traitor. Ich habe das C4 gelegt, habe keiner wischen, dachte, ach komm, das nutzen wir mal aus und machen dann noch tot. Boah, das ist nicht der Weg mit dem Licht, ey. Ach ja, man hat der Taschenlapfel, Gott sei Dank. Das sieht aus, das ist lustig, das ist lustig. Du hast dich zu Rotflinte, ey. Alter, wer war das? Wer war das? Irgendeiner mit einer Rotflinte, die vor allem. Ah, Peer, lass mich rein! Ja, du hast auch eine Schrotflinte, das ist nicht so ganz Trauungserwecken. Ich guck dich nicht an. Okay, dann ist gut. Wer lebt denn noch? Wenn jetzt nur noch wir zwei leben, ah doch, da kommt doch noch einer. Jawoll. Boah, das schuldige Peer. Also Peer, ganz ehrlich, ich schrei auch noch nicht um niemanden. Oh cool, ich hab's ja alle drei weggerotzt. Dass ich so gut treffe, hätt ich nicht gedacht. Ja, das ging schnell, ey. Dass der Merlin war, haben wir ja mitbekommen, aber... Ja. Hätte der Permatab gedrückt, hättet er auch gesehen, dass alle tot sind und davon noch keiner Traitor war. Ne, das sehen nur die Traitor. Ja, nein. Ja, Mann, sagt das ihr doch nicht. Wenn die identifiziert sind. Ich hab die ja nicht identifiziert. Die waren nicht alle identifiziert. Ach, die waren Missing an Hecker. Ich hab schon Tab gedrückt, aber... Ich bin in der Gummizelle. Ich bin in der Gummizelle. Wohin gehörst. Na gut, ich hab nen Shotgun, damit bleib ich keine Ahnung. Oh, wie geil. Ich bin ganz sicher, ich habe nur eine Verfahrensfreude. Ist auch schön, dass die in die Gummizelle zwei Waffen reinlegen. Ah ja, klar. Das ist sehr klug. Sonst wird's ja langweilig. Für dich und einen für meinen Imaginant-Freund. Man kann hier so cooles Licht ausmachen. Hilfe, mach die Tür zu. Ich bin die Tante. Lass mich in Ruhe. Alter. Ja, okay, ich lass mich in Ruhe, aber lass mich auch in Ruhe. Ich seh nix. Oh Gott. Ich hab grad beim Smoke-Grenade-Werfen geschossen. Ah, Timo und Noah und Merlin in der Gummizelle. Hilfe. Ich bin raus aus der Gummizelle. Ich bin doch schon gar nicht mehr in der Gummizelle. Oh, ich bin ein böser Geist. Oh Gott, das... Kann man nur die Tür auf und zu machen. Okay, ich wollte fast sich aufknallen. Geh da mal rein, kann ich hier irgendwas mit dir machen? Komm hier rein. Nee, du kannst schon mal zumachen, die Tür hier. Das war das Karten-Spiel-Kopf. Merlin, weg da. Machen, abgaben! Ich geh wieder. Loll, ich das machen. Nein, okay. Kann ich mir die Waffe nehmen? Nein. Wieso machst du es jetzt aus? Geh raus! Mach's wieder! Lass mich alleine! Ich will alleine mit... Ich verpiss dich. Okay, ich geh. Okay, ich geh. Ich mach's Licht aus und geh dann. Okay, los. Okay? Okay. Ach, ein Abgang! Besser? Ja. Alter, ich sehe gar nichts auf der Web, wenn das Licht aus ist. Berlin! Man bringt die Taschenlampe auch nicht viel. Böse! War ein Warnschuss. Der nächste geht in den Hintern. Oh, ich will das Grusel viel legen. Okay, wer hat eben Merlin erschossen? Keiner hat Merlin erschossen. Achso, okay. Was? Okay. Soll ich dir was cooles zeigen, Dennis? Was denn? Komm, bitte. Gott. Ja? Es ist Timo! Dennis! Ich weiß, dass du es bist. Dann würdest du mich nicht ins Hintertübchen locken. Ey, es ist Dennis. 100%ig. Ich bin doch Inno. Ja, genau. Deshalb willst du mich in dein Hintertübchen zwängen. Wer ist es jetzt? Oh, nur. Stirb einfach. Ja. Komm. Jetzt will ich jetzt sehen, wer war es. Ob du es warst. Komm her, wo bist du? Spacken. Fuck! Was? Voller Random Kill, ey. Sehr schön. Wo war der jetzt C4? Das habe ich noch in der Zelle geplantet. Oh, ich glaube, das war die Zelle, die ich sah. Uuuu, Random Kill. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, der war richtig wunderschön. Ne, war kein Random Kill, oder? Also ich habe... Nö, ich glaube, ich habe Timo sogar gekillt. Nein. Also ich habe beide auf euch geschossen. Ich habe auf euch beide geschossen. In irgendeiner. Es war so dunkel. Ja, das... Okay, ich habe jetzt eine Idee. Ich habe jetzt eine Idee. Wir werden jetzt alle zuhören und ich habe einen Plan, wie wir uns alle zufriedenstellen können. Wir werden jetzt alle einfach in die Mitte gehen. Die Traders gehen in den linken Raum und in die Innenseite machen. Ja, und dann... Dann werfen wir abwegte ich gerade aus. Ne, 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 ne. Dann werfen wir Pärchen aus und dann wird es angefangen zu tanzen. Und alle, die zwei, die übrig bleiben, weil die ja keine anderen Leute haben zum Tanzen. Die machen dann hier mit ihren Taschschlampen so richtig Party hart und so. Hey, wir sind sechs, das geht auch, ey. Ich weiß nicht, das ist das von Anfang an aus oder am? Ich glaube, Janina ist das. Ich schieße auf Janina, ich sehe es. Ja, bestimmt. Janina! Geh weg! Beschätze dich! Lass dir. Feuergranate, ich würde da weggehen. Janina, dreh dich mal um. Hast du mir gerade eine Feuergranate? Ich habe gesagt, Feuergranate, ich würde da weggehen. Alter! Janina! Und ich sogar nach dem Gorn. Pierre! Pierre! Morsen wir jetzt? Warte mal, hier sind eindeutig zu viele Leute. Ich sehe gar nichts, gell? Ich sehe gar nichts. Ich habe keine Waffe. Warte, bist du... Warte, komm ey! Ich habe auch nichts. Okay, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber Dings war es. Er hat auf mich geballert. Hier, der ist auf Traitor. Dings ist auf Traitor. Dings ist auf Traitor. Wer, wer, wer? Ganz schlecht angestellt. Er mehr lieber Leute. Ja, der kam nämlich rein, hat einfach mal rumgeballert. Ja, und Pierre, ich habe auch... Bist du so leid? Ich habe so alles in dich. Ich habe auch überall... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe auch keiner, wen ich getroffen habe. Aber du bist dann jetzt Proof-Kombo-Gemann. Oh Gott, ich habe eine Muni irgendwo. Ich habe nichts mehr. Ich habe gerade erst eine Waffe gefunden. Na, Noah. Noah, Noah, Noah. Ja, ich kann nichts machen. Gott, ich treffe nicht. Komm, spannender Kampf. Komm schon, Noah, mach es, mach es. Martimo, das fassert mich an diese fucking huge. Was ich damit machen sollte. Das will ich auch mal dunklen und schieß mal. Das Geilste war, ich tötet dich und dreh voll durch. Geh, 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 geh. Jawohl. Halleluja. Verdammt, du warst schon, du. Das allgemeine Verwirrung herrscht nicht gegnern. Ja, aber ohne Witz, das hat auch fast geklappt, man. Und wir waren beide fast tot, ey. Eben. Also ich habe auch einfach nur gedrückt gehalten, bis mein Magazin leer war. Alter, die Map ist irgendwie... Ja, Noah, wieso hast du mich eben nicht umgebracht? Hat dich nicht gesehen. Wollte eine andere Waffe, ich habe nur drei Vergessechen. Ich hatte gar keine Waffe. Ja, du musst die Stürme. Dennis, bist du so schnell verreckt? Vielleicht. Da stand nämlich eben, dass er sofort nach dem Start der Runde verreckt ist. Ja, ich finde ja eine Gummizelle und dann habe ich mich reingestellt. Vielleicht ich finde hier keine Waffe. Die Wände sind immer relativ gut. Ja, die Wände der Gummizelle waren mal schwarz. Oh, sind die Waffen? Ja, da ist noch eine M16, falls du wie willst. Oh, was gehen meine Frames denn so runter? Alter, das Kling macht mich fertig. Ich bin Detective, ich bin Detective. Hinter mir ist der Merlin. Ich bin bei dir, ich bin bei dir. Ich mache jetzt mal das Licht an. Ja. So. Also Merlin ist da. Und wer ist da noch hinten noch? Dennis. Ich bin Dennis. Dennis ist da, lass es kuscheln. Alter, ich fühle mich hier gerade ein bisschen... Wir beschützen den Traitor mit unserem Leben. Äh, den Traitor. Keine Angst, keine Angst. Keiner tut dir was. Nein, wir beschützen ihn mit unserem Leben. Ja. Ey, irgendwie habe ich aber Angst vor euch, gell? Kannst du meine... Guck mal, kannst du meine Waffe ein bisschen... Guck mal, ich streche dich mit meiner Waffe. Und wenn du jetzt bei einer von uns Traitor hätte ja schon lange den Detective umgebracht. Eben, guck mal, wir sind safe. Ja, okay, ich glaube, beide Seiten ist nicht. So weit. Warte, ich habe eine Idee. Was ist denn das jetzt? Oh, scheiße. Das war böse. Ich dachte, das reicht das Fenster mit ein. Mit einer Smoke, ja, ja. Mit einer Smoke, ja, ja. Mit einer Smoke, ja, ja. Was ist die Smoke denn? Was macht ihr denn da? Die sind alle da bei der Smoke, wo sonst? Welche Smoke? Da oben ist... Was ist das mit der Zettel? Nee, 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 wir lassen hier schön die Türen zu. Hier darf keiner rein. Keiner. Keiner. Ach, da ist die Smoke. Jetzt sehe ich den Smoke. Toll. Vorsicht, da kommt jemand. Da kommt jemand rein. Natürlich. Ja, ich sehe es. Wieso denn ich? Hier darf niemand rein. Wir unterstützen die Detective. Okay, Timo ist es. Mach einen Abgang. Hat sich Weck-Zeitung votiert. Hat natürlich auch Stil. Pussy Mac, Puss, Puss, Loll. WTF, WTF, oh mein Gott. Wieso hat es euch weggerissen? Beide tot, beide tot, oh mein Gott. Schlechtzeit, und Janino, du bist ein Verräter. Kannst du nicht sagen, wir hatten wir alle votiert. Ja, wieso? Dann denken die, Janino, du warst nicht weg. Vor allem, schau mal auf. Wieso schreib doch auf dich, Geballer? Du hast doch ihre Begründung gehört. Natürlich ist das Weib dran schuld. Das kann nicht wahr sein. Die haben gesagt, Timo ist es, Timo ist es. Die haben gesagt, weil sie den Traitor beschützen wollen. Ja, ja. Blöd, irgendwie, aber ich habe auch nicht dran gedacht, dass einer einfach C4 hinlegt, weil das war einfach, eigentlich ist das offensichtlich sie gewesen, aber gut, da kommt man halt nicht drauf. Das ist richtig obvious gewesen, aber nee. Das hat doch jetzt mit dem Teleporten überhaupt nichts am Spielverlauf geändert. Also meiner Meinung nach war das auch eine gute, eine gute Tat. Die haben gesagt, Timo ist es, Timo ist es, weil du bei denen da reingerannt bist und rumgeballert hast. Ich habe gar nicht rumgeballert, das ist es ja. Ich bin da reingegangt, sie haben auf mich geballert. Ja, und dann habe ich gesagt, Timo ist es, Timo ist es. Ja, aber warum denn? Ich habe gar nicht aus dem Dessier. Dem ich hier hielt. Keine Ahnung. Ja. Ich bin schon wieder Detective. Warte mal. Ja, dann los, in die Ecke. Ich bin schon wieder Inno. Ich bin schon wieder Inno. Ist da nicht eine geile Waffe oder sowas zu kaufen? Nein. Ich bin Inno. Tom, wer ist Detective nochmal? Ich. gewesen? Ja, na los, go, go. Komm hier hoch in die Ecke und ich beschütze dich hier mit meinem Leben. Ich dich auch. Ich bin bei Noah, ich bleibe jetzt einfach mal hier. Ich komme hier nicht mal raus. Du musst nicht. Tom, drück mal Steuerung und springen. Ja, dann geht's. Ah, jetzt. Ja. Das war dann eigentlich nicht. Hier ist nichts. Okay, geil. Also, wodurch kriegt man eigentlich Punkte, als Detective? Was hast du da rumgeworfen, Inno? Ich habe nichts geworfen. Ich bin nur gerade unsicher, ob Timo sich gerade eine Teleport-Location gemacht hat oder nicht. Was? Suchen wir ihn. Ach, nee, ganz ehrlich. Ein ganz ehrlicher, Minos. Nein, ich, dass du es gemacht hast, du bist nur gerade holstert. Da so komisch rumgelaufen stehen. Okay, Noah, Noah. Weil ich lieber Noah verharte. Kann auch wieder hier rumstehen, wenn du willst. Ich habe ja nicht gerade, dass es gemacht hat. Ich habe gesagt, ich bin mir unzultert. Noah gammelt hier so komisch und fröhlich vor sich rum. Wenn ich sterbe, ist er es. Ey, ich will mir eine andere Waffe suchen. Ich hasse die M16. Ich ist auch scheiße. Was hast denn du? Ja, ich habe nur M16. Geh, hör auf mich zu blocken, Timo. Timo, hör auf mich zu blocken. Timo, du blockst mich. Timo, Timo, ist es, Timo, ist es. Ja, Timo, ist es. Und hör mal. Timo war Traitor. Okay. Timo, hast du dir eine Teleport-Location gemerkt? M-m. Mach mal wieder Licht an, weil ich sonst nichts sehe. Äh, Detective? Kannst du eine Health Station holen? Ne, ich habe Radar holt. Ne, ich habe so ein Ding geholt, so eine Waffe, weil ich nichts gefunden habe. Au! Okay, cool. Bin bei Noah. Bin bei Janina, bin bei Janina. Wenn ich sterbe, ist es Janina. Noah, ich habe Angst. Wenn ich es wäre, wärst du schon tot, weil du fassst weiter. Mach den nicht. Fass. Merlin! Ja, ich beschütze dich. Warte, du fällst aus, ich falle aus. Ich falle aus, wenn du schon einmal geschossen hast. Merlin fällt auch aus. Merlin fällt auch aus. Ja, ich bin fast tot. Und ich habe Timo getötet. Ja. Dann bleibt ihr nur noch. Merlin, warum laufen wir im Kreis? Dann bleibt ihr noch. Dann bleibt ihr noch nur und, ähm, scheiße. Ich habe den Namen vergessen. Janina. Ist auch nicht so wichtig, weil ich bin. Ja, Janina. Danke. Ich habe leider keine. Ist das C4? Kann ich erst das steuern? Leute, das wird... Wer hat das gelegt? Keine Ahnung. Leute, das ist mir auch gerade... C4 ist mir auch gerade das Ding aufgefunden. Vor dir lag C4. Alter. Loll! Habe ich nicht gesehen, Alter. Ohne Witz, das habe ich nicht gesehen. War hier eben noch jemand, die wir daneben haben? Ja, das ist nur Noah, oder nicht? Ja, ne? Headshot. Aber das, Noah, du musst das noch armen. Ach so, das war nicht geahnt. Ja, geht. So, Peep hätte ich es gehört noch, aber gesehen habe ich das echt nicht. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Oh, verdammt. Wie könnt ihr das sehen? Weißt du, warum ich auf dich geballert habe, Merlin? Warum? Hinter dir, hinter mir lag C4. Das heißt, also, ich habe es aber noch nicht geahnt und du hättest das dann gesehen. Ach so, du hattest das hingelegt. Ja, ich musste dich auf jeden Fall töten.